Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab's noch drauf. Ich sag's dir doch, Mann. Mensch, Dieter, ich hab's noch drauf. Ich hab's noch drauf. Schau dir das an. Schau dir das an. Oh, ne. Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab's noch drauf. Ich hab's noch drauf drauf. Anette. Nee, nee, nee. Mach nur durch diesen Mann. Oh. Oh. He did. Kein Kommentar oder irgendwas. Ich bin aber tot. Das ist alles. Sag das jetzt auch nichts mehr. Ja. Ja, das ist auch besser. Ich bin aber gedisconnected worden. Mann. Oh. Mensch. Ich hab's ja nicht schon antworten, dass noch keinen einzigen Hook getroffen hat. Ja, aber ich hab dir einfach nichts gesagt, weil ich an dich glaube, Mann. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man immer so schön. If there is a hole, there is a goblin. Oh. Er hat's versuch. Er hat's versuch. Der Junge hat's versuch. Oh. Immer genug. Immer genug. Easy clap. Easy. Oh. Easy. Cooler Bärchen. Ich hab mein Ultimat. So. Oh nee. Vielen. Äh, Kuglin, kommst du? Kommst du ran, Mann? Äh, du Keule. Die Klub, die sind auf dich gegangen, Alter. Mann, Mensch. Alter, die sind alle fünf am Skripten, Junge. Die dodgen alles, was ich auf die mache. Jo, hätt ich jetzt auch gesagt. Die Jungen hat alles Statistik gelesen, jetzt skripten alle, oder? Aber mir nie geglaubt, wo ich's dir gesagt hab. Jo, jo. Jo, wir brauchen, wir brauchen. Ich hab das Ding von Riot draußen. Ja, wann kommt Vanguard für League raus? Wann ist's soweit? Wann, wann, wann. Wie geht's? Irgendwie freu ich mich drauf, aber irgendwie nicht. Aber einerseits, ich mein, sie dürfen mich freuen. Sie haben auch aufgeklärt, warum so viele sagen, dass es ein Root-Kit und eine Spyware wäre. Aber sie haben's wirklich gut, äh, erklärt, warum es das nicht ist. Und wie man das sogar selbst überprüfen kann. Oh. Kuchen. Alter, wie lange hat das Valorant schon? Sorry, wenn's ein Root-Kit wär, wär das der Ex-Skandal schon längst gewesen. Weißt du, was ich meine? Ist es ja schon. Was? Irgendein YouTuber hat mal gemeint, oh, guck mal, wenn man sich Vanguard downloadet, dann sendet das ganz viele Anfragen an komische Server. Ja, Junge, du lädst es dir ja auch runter. Du musst ja Anfragen senden. Ich glaub, ich hab da letztens auf meiner For You-Page ein Video gehabt, wie es jemand aufgeklärt hat, tatsächlich. Ja. Wie es jemand, äh... Ich versteh das nicht. Es schreien alle Menschen nach Aufmerksamkeit. Das ist meine Meinung. Ja, das ist einfach nur, weil die auf... Ja, das ist voll die Aufmerksamkeit. Mann, ey. Hast du dieses Zeitalter? Die heutigen Nachrichten, sondern einfach kleine TikTok-Kinder, die Aufmerksamkeit waren. Jo, 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 jo. So, früher waren es halt Erwachsene, die aufmerksamkeit wurden. Ja, 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 ja. Die kleinen TikTok-Kinder hier, wa? Sind's Kinder? Das sind immer die kleinen hier. Oh, nee, leidens. Ich werd hier, ich werd hier, ich werd hier, angenommen. Äh. 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 Notvoll. So, ich hab auch mit dir schöne Schuhe. Hallo. Hi, Hero. Was geht? Oh, ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Boah. 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 Oh, der war der Gedabber. Der war der Gedabber. Der war der Gedabber. Der war der Gedabber. Oh, oh, der Gedabber. Du hast dein Schild. Du hast dein Schild. Du hast dein Schild. Ja, Mann, ich benutze das Schild, wenn ich's brauche, Fischmeck. Äh, du kann man nicht beschweren. Jump to see, jump to see, jump to see. Warst du im Urlaub? Ja, ich war im Urlaub. Aber das war ein harter Urlaub. Das war eher Stress-Tag. Stress-Tag. Ich liebe dich. Komm her. Alter, ich hab nur instinktiv D gedrückt. Alter, äh, D vor allem, oder? Kuh. Ja, keine Ahnung, ich sag's so, Alter, ich hätte gedacht, ich kann mit Stegen überleben, aber AT ist was anderes, Mann. AT ist die Hölle. Was macht er da? Er ist geboren. Wunderbärchen. Der Koffer war hier, oh, dir geht's gut. Der Koffer im Video geht's gut. Das ist alles. Oh, nee. Da kommt, da kommt. Kugel, du musst in den Enten gucken. Oh, nee. Warum zieh ich ihn gar nicht vor, Idiot? Ich hink mich doch nur selbst damit um. Ich bin ein Profi. Change my mind. Einmal mit Profis arbeiten. Weiß ja nicht mehr, auch immer, wenn ich mit dir rede. Ey, du hast es angeht, wenn du etchst, dann da, also, also, nee. Einfach nur nie gucken. ein Kuchen, du weißt auch nicht. Mann, Guren, antworte, weißt du, dass die so gemeint war. Mensch, soll ich wieder, soll ich wieder nach Kriegen zurück, oder war? Ja. Mann, aber da habe ich kein Internet. Hast du dir überhaupt angehört, was du geschickt hast? Hab ich, natürlich habe ich das, aber weißt du, bei dem Internet der Früge, da hatte ich, glaube ich, nur, also, da tat lange gedauert, bis ich das Video hatte. Ich glaube, da war es schon irgendwie eine der Früge, kann ich gar nicht mal daran erinnern. Oh, du Wichser. Oh, äh, das war, also, äh, nee. Schwierig. Tot. Ja, nee, das sind halt einfach die Skripte. Aber warte mal, tut, äh, Wenger hat dann überhaupt Skripte in Kilen? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Komplett? Aber wie gemeint. Wie mag die es gemeint haben, jo? Aber ich hoffe dann, dass man einfach, ähm, dass hier einfach Vanguard generell verwenden. Nicht, dass du noch an einer, für, für, für die zwei Games ein unterschiedliches Vanguard-Minnen gibst. Irgendwann hast du so sieben Vanguard's laufen, Alter. Ich sehe es doch jetzt schon. Oh, du bist tot. Da kenne ich nichts. Schönes Ding. Oh, das war sehr schön. Butterzart Oh So, aber ich glaube, ich werde heute nicht so einen langen Streamio machen Ich wollte einfach nur sagen Ich werde angegriffen Gucken, also Katze, Katze mal an die Front hier Ich will da die alleine vorne Du musst abfangen Mach mal bitte Mann, für Tanze ist das sicher die Zeit Hat er schon gedacht Ja, was hat ich daran Cringe Oh Gott, Morgana Ja, Kuchen, ich muss halt auch zum Scripten beginnen Dann kann ich nix anderes sozusagen, schäm dich Dass du noch nicht Scriptest Ist dasselbe, wie mir geht Ich auf jeden Fall noch nicht hackt, der soll sich einfach löschen gehen Ich kann nix anderes Oh Und da schläft er jetzt schon wieder einmal in der Fresse Ja So, so klar Komm ich auch dann, geht der Junge pennen hier Oh, schönes Ding Was ich schon gemacht Fangy Äh 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 Also 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 Kuchen Ne, ich will nicht drüber reden Quatschi quatschi Yeah Hm, das war jetzt also Ich muss schon sagen, das war sehr unerotisch, was gerade passiert ist Meinst du? Ja, ich meine Ich meine Ich glaub, ich glaub, das war nicht so Jutschi Idee Wie er da macht Oh mein Harald Hacker Ich bin der Harald Oh Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn Oh 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 Oh, du kommst schön, du kleiner Pimmelkopf Oh ja, Metzgang Oh Oh Der kommt hier nicht weg Du kommst hier nicht davon Ey, der Wichser hat ihm ne Schneeball geklaut Ey, ich hab ne Code Die Zoomkeit Oh, ich kann mal jetzt mal hier dagegen einmal Wie warst du doch eigentlich in dem Griechenland? Hast du viel Gyros gegessen oder so? Ich hab drei mal Gyros gegessen und dieses Mal war mir dann auch schlecht Wie viel, wie viel Osu hast du gekriegt, Alter Was für ein Ding, Osu? Achso, Alkohol Äh, also Alkohol hab ich nur einmal gefunden Weil wir es gerade bekommen haben mit dem Restaurant Du kriegst bei jedem griechischen Restaurant Also du kriegst eigentlich ganz am Anfang Uso Also ein, ein so ein kleines Brecherchen Ja, bei, 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 bei Bei teuren Läden, also wir waren halt Ich bin halt Armbann, also Sogar für griechische Verhältnisse war ich ja Hamm Und wir hatten das nur einmal Und das war in so einem Superlangen Wir waren in einem griechischen, griechischen ähm Ähm Restaurant in Chemnitz Und dort, ähm Ja, aber ist auch Chemnitz, mal, da saufen doch alle Da saufen doch alle, Mann Ist tatsächlich wahr, ich hab heute bestimmt Ich hab zwölf Kisten Bier verkauft Und sehr viel Wein und Sex und alles Was für ein Ding hast du verkauft? Zwölf, zwölf Kisten Bier Achso, ich hab Bierle verstanden Ein Typ, ein Typ hat zwölf Kisten Bier gekauft Lecker Bierchen Ja Oh Mann, ich bin, ich bin, ich bin nicht auf meiner Höhe Ja Dann entweder für die Rente vorgesorgt, oder Für, für seine, sein, nein, das, das will er erben, Mann Das ist für, das ist für sein Erbe Ich habe Ich sag's dir, ein Bierchen wird auch eine Rarität, vertraue mir Das ist eine gute Anlegung Forry, forry Ja So Natürlich nicht Cover, aber Ja Tod Hui Ähm Also Ich weiß nicht, ob wir das so schaffen, gut Glaub nicht Doch, doch, ich vertraue mir Nee, Bruder Zeig die Straße Hast du Erweedenteils mit demx existieren Fluffy Sei eins mit dem Zug Überfahre Sie pourquoi Überfahre Ihre Kinder auf der Schiene dope Ich habe mir die ähm Mf geätgt Oh, ja, die Mf f не Ich gucke die Atari Sie beep ich gewonnen Sie cheated Skript da Skriplerin Guchen von Refury ist die Skriptet Ja schon als siehst du du bist auch tot Sie ist Skriptet Du bist trotzdem tot Ist egal was du sagst Guchen sagt du bist tot, sie ist Skriptet So stehe ich jetzt alleine da Mann, du musst was sagen Oh, jetzt werde ich tot Ja wegen Skripting Hab ich doch gesagt Guchen lässt mich scheiße da stehen Das war nur wegen meiner Dummheit Nene, das war wegen Skripting Alles gut Wenn du meinst Ja ne, das ist halt die Wahrheit Wenn du meinst Ich schaff das nicht alleine Wenn du meinst Oh, eh, 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 oh Oh, oh Oh Gott, der Damage Der Damage Ich hab mich gewornt hab da, Junge Gefühlt Was passiert hier? Äh Nee Nies wohl lecker Oh, oh Guchen, Guchen Guchen, Camry Ich hab den Play, ich hab den Play Guchen, 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 Guchen Oh, oh mein Gott, eh Guchen, mach das mit allen bitte Guchen 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 Äh, warum haben wir verloren? Guchen 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 Den hab ich doch weggelasert Ja, aber Nur einen Ich muss nochmal Ich muss nochmal ganz kurz zum EDK Ist das jetzt dein Ernst? Ah Du tollst grad Ich hab ihn zurückgerufen Es könnte sein, dass ich vielleicht 25 Euro wieder zurückkriege Wenn die es nicht verzählt haben Bis gleich Bis gleich Bis gleich Der Junge kriegt 25 Euro neunens Das ist, das ist crazy, man Oh, ich kann das nicht mehr Good Ach der haba Oh Diese stille W способ Ich hab zwei Kisten gegen warum. Warumiri says Bodcher Were Äh Nehm Letten Oh Mit Geil Oh, geil. Noch eine Kiste. Geil, 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 geil. Nein, nein. Oh, nee. Das ist traurig, Mann. Oh, nee. Ich habe in der Abstand, glaube ich, den traurigsten Sticker in ganz Leak bekommen. Warum ich? Mann. Das hilft auch meiner Psyche nicht in Leak. Oh, nee. Oh, nee. Das ist ja traurig, Mann. Oh, Mann. Oh, da muss ins Rad reingepackt werden, aber Mann, das ist ja traurig. Können wir da das schon anpassen? Ich verstehe nicht, wieso, aber irgendwie dieses Abumziel ist mega arsch. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Gar keinen. Gar, 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 gar keinen. Äh. 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 Ziel Zufügen Zufügen Nö. So geht's nicht. Löschen. Was denn das, Alter? Wo kann ich denn hier einschalten, auf was das geht hier? Äh. Nö. Ich glaube, Bigfad hat hier getrollt. Kann, kann, gibt's auch nicht. Ich hab halt, ich hab halt, okay, ähm, ich hätte halt gern Followerziel eingepackt. Aber Twitch denkt halt, nö, da haben wir Followerziel. Äh. Zubziel. Ich hab ganz einfach ein Follower-Aboziel. Äh. Äh. Okay, das muss ich irgendwo einstellen. Vielleicht auf meinem Twitch-Overday. Das kann natürlich auch sein. Aber, na schau. Maybe, maybe not. Maybe. Oh. Mensch. Hab das vermisst, zu streamen. Ah, was? Oh Gott. Warum bist du nicht mal das ganze Rad? Äh. Wie, ich benutze das ganze Rad, Mann. Was? Ob ich nicht das ganze Rad verwende? Das weiß ich auch nicht. Hab einfach Angst davor. Weil ich mich dann vielleicht fettfingere und verkacke. Äh, Alter, es gab Crate-Updates, während das nicht weg bin. Okay, eigentlich nichts Spezielles. Leider. Ähm. Ach so, warum? Ja, du hast eh, warum benutzt du nicht das ganze Rad? Sorry. Scusi. Ja, I don't know. Ist einfach zu viel. Das ist dann zu viel für mein Hirn. Muss wissen, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Der stuhlt sich dann ein, weil es zu viel Arbeit ist. Versteht sich. Was? Oh, vielleicht muss ich... Oh, okay. Mein Fehler. Mein Fehler. Scusi. Ich muss sie auf Ziel angeben. Klicken. Dann funkt es. Oh Gott, ist das laut. Boah, jetzt wurde Keyjumps gehabt. Danke. Danke, Twitch. Danke. Alter, holy shit. Ich rede in einer Panikattacke. Oh. Ach, du Kacke. Ich hoffe, ihr habt den lauten Sound nicht gehört, weil sonst habt ihr jetzt alle... Ihr kriegt auf jeden Fall keinen Schadensersatz dafür, für diesen lauten Sound. Pech gehabt einfach. Nicht mein Problem. Ich habe jetzt auf jeden Fall... ... einen Gehörschaden. Würde ich so brauchen, ja. So schnell geht das. Mein Ohr piepst. So. Muss ich nochmal nachschauen. Okay. Das Abo-Ziel kann ich jetzt auch nicht mehr einsetzen. Ich stelle nur noch mal das Follower. Jetzt ist die Frage, ist es die Frage, ist es das einfach hin und her, random, oder wie funktioniert das? Es ist das zwischen den einzelnen Zielen hin und her. Muss es ja wahrscheinlich, oder? Man hat nichts gehört. Besser ist es, Alter. Twitch hat den lauten Sound meines fucking Lebens abgespielt und ich habe eine halbe Panikattacke dabei gekriegt. Oh. Das kommt jedes Mal, wenn ich ein Follower oder Abo-Ziel erreiche. Das ist ein Albtraum. So schnell nachschauen. Wenn ich hier ein Bearbeiten reingehe, bevor du was ziehst. Ich kann hier nichts einstellen. Ich glaube, ich glaube, das geht einfach automatisch hier, hoffentlich. Ziel. Nö. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das switcht, I guess, von sich selbst hin und her. Hoffentlich. Weil, anders weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner machen. Zumindest nach oben. Und ich mache es auf jeden Fall noch ein kleiner. Das sieht schon so gut aus, hoffentlich. Das passt schon so. Das passt schon so. So. Alter. Wir haben fast 110 Follower. Ich meine, es ist sowieso schon krank, dass wir 100 Follower haben. Weil. Ich höre dann einfach wie ein Vollidiot im Internet, den ich zuschau. Aber hey. Mir wurde mal gesagt, man darf sich nicht beschwören, wenn man was zur Belohnung kriegt. Also. Nehme ich das einfach so hin. Und wir. Gehen wir jetzt in ein Custom Match. Und schauen, was wir mit einer Speed Nuno anfangen können. Weil ich nicht weiß, was ich sonst mit mir selbst anfangen soll. Äh. Äh. Craig Custard. Holy August. Wobei Training musst du wahrscheinlich rein. Ja, genau. Das Tool. Jo. Craig das Tool. Add Bot. Machen wir mal Maximum hier. Machen wir hier einen schönen Button da los. Machen wir mal Nuno gegen Boom. Ne. Okay. Warte. Man kann gar nicht so viel picken. Egal. Wer glaube ich fang. Ich will, dass er mich so komplett weg. Aber okay, jawohl. Das wünsche ich mir. Als Geburtstagsgeschenk. Und ich gehe Nuno. Ich bin mir halt leider noch nicht sicher, was ich machen muss. Um Speed Nuno zu sein. Aber. Jo. Ich würde sagen, wir finden es einfach raus. Weil. I mean. Wie will ich sonst etwas herausfinden, ohne herauszufinden? Ich nehme mal an, das macht Sinn, wenn ich es herausfinden möchte, dass ich es herausfinden muss. Weil, wenn ich es nicht herausfälle, dann fände ich es ja nicht heraus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bleibst da doch junger Mann. Mensch. Zeige 10 Euro. Mit der Arme. So. Jetzt wird er dir zockt, wa? Hm. Easy. So. Also das ist kein Cheat natürlich, was ihr hier seht. Das ist einfach normal. Macht man so. Tatsächlich. Das ist ein normaler Modus. Also. Ich würde ja jetzt gar nichts hören wollen. So. Wir haben halt einfach... Wir wandern einfach schnell beim Spielen. Und haben ein bisschen Geld gemacht, tatsächlich. Aber das ist ja nicht schlimm. Was haben wir hier? Äh, was haben wir hier? Thermal Shield. Move Speed. So, dann gehen wir jetzt nur auf Items mit Move Speed. So. So. Public Machine. Ich glaube wir sind 14? Ich bin mir gar nicht sicher. Sind wir sie sind 14? Ich glaube ich komme nicht auf Speed, I guess. Was sonst? So, dann geh ich hier rein, dann geh ich hier rein. Erstens mal kaufen wir uns auf jeden Fall Boots. Und zwar die Schwifty Boots. Wo sind denn die? Nein, nicht hier. Aber auch nicht hier. Was wir auf jeden Fall machen können, ist das nicht rum. Mega scheiße, ich kann vielleicht hier Boots eingehen. Oh, warte mal stimmt, hier sind ja oben Arschwasser. Äh, was ist das? Ah ne, sorry, MyBird. Und nämlich die hier, genau. Schönes Ding. Wunderbärchen. So, jetzt gehen wir auf All Items und Movementspeed. Dann schauen wir hier, was am meisten Speed gibt. 20. Äh, ja, das ist jetzt also die Frage. Hier haben wir 10. Hier haben wir, oh. Das ist nur für Neva Allies. Oh, 8% nicht mehr Speed, aber auch für uns. Äh, hier 5. Hier, ähm, gar nichts. Hier auch. Das ist nur crazy. Das ist auch nicht crazy. Hm. 10 ist crazy auf jeden Fall. 5, 5, 7. Hm, ne. Auch ne, auch ne. 8. Ah, ne. Championing geht gar nicht. Ganz wichtig, Deadman's Plate. Warum Deadman's Plate, man? Oh. Oh, geil. Oh ja, das ist geil, man. Oh ja, das ist geil, man. Oh, den gehe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch noch. Ne, das ist nämlich nicht. Ne, dann nehme ich das. Ne, das nehme ich auch nicht. Das nehme ich auch nicht. Das nehme ich nicht. Oh, mein Gott. Ich bin so süße, Mann. Ne, war doch so ein geiles Alter, was so ein Arschbasser hier gibt. War das nicht. Was war denn das? Ah, ja. Ne, das ist Winnie bei. Das ist auch nichts geiles. Oh, wie kompliziert das ist. Da muss man wirklich drauf achten. Es ist ein wenig. Ehm. 1 damage up to, 8 sucks against Submatch. 10 bonus. 5... Warte mal, ich war auf das obere. Hier 10 rufen mein Speed wichtig. Hier haben wir nichts. Hier haben wir 8. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir 5. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir auch 7. Crazy, okay. Äh, ich hab ein paar gar nichts, ich hab ein paar gar nichts. Ich hab 5, dann geh ich wahrscheinlich, ich glaub da gab's noch welche mit 8. Genau, 8, 8. Ja, okay, dann nehmen wir das. Schauen wir mal wie schnell wir sind, dann nehmen wir uns noch. Gibt's da nicht, irgendwie. Nicht das, nicht das. Oh, also nicht. Okay, das sah aus. Ja, egal, mal schauen. Wuii! Movers ist nicht so hart, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen leveln. Also, oh Gott, nee, okay, ist schon schnell eigentlich. So, warte mal, was haben wir hier? Haben wir schon damage? Ist das crazy? No, ist ganz okay, würd ich sagen. Action. So. So. So, warte mal, dann machen wir jetzt hier einfach die ganze Zeit konstant. Ähm. Wollte ich ihn irgendwie respawnen? Ich muss alles respawnen. Ich muss alles respawnen. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Und dann sehen wir die Schöööön, weil da so Schafft man Oh ja, geil Schöööönes Ding Schöööönes Ding Ja, schön Wunderbärchen So, gehen wir jetzt gleich noch ne Runde hat also mit 20 schule offline gehen wir schauen wir da nur was aus geht denn die im küche sonst und einfach geworden muss immer noch die dies war die dies So, ja komm, Swan, schön, ja, ich liebe es, wenn die Leute sich vermöbeln lassen, so einfach, sind wir natürlich nur normal im Match, versteht sich, wenn wir jemand was anderes behauptet, müssen wir einfach lügen, ist wie in der Schuhe, unser Lehrer drin, versteht sich? Oh, Spider-Braid, wichtig! Cool! Boah, geil! So... Ich meine, ich müsste es noch schneller machen, aber I don't know, das stimmt. This cannot be... Hm, ich bin ja nicht dabei, wie man smite und da wird auch was. Ich bin dabei, wie viel damage ist man. Ich gedacht, man devilt das nur, wenn man, ähm, die... ...Jungle-Monster mit dem Smite auch will, aber maybe ist doch anders. Muss ich mal googeln machen, weil sonst bin ich einfach der Ex-Fordidiot. Das ist nicht so toll. So... Und neun Tote. Und neun Tote. Und dann geht's ab, Alter! Ich denke auch schon, dass ich nur Cloud-Breaks rein kriege. Weil dann wird's witzig. Ja, also... Ich muss auch nicht spawnen. Ich verliere. See you. Easy. Dann sind wir nicht so weit. Vielleicht geht Lucy ab. Wohooo! So... ... ... ... ... ... ... Ich bezzelrate es gar nicht wirklich. ... ... oh will ich gerade irgendwas ja, ist doch immer nicht ich muss hier kurz nur hier sitzen ja, wir haben es ja boah geiles Bild miau das wird aber gar nicht schneller, das enttäuscht mich gerade und was mache ich falsch, glaube ich wir haben jetzt mal Load Breaks kill währenddessen holen wir uns noch schneller Weiger, weil es einfach langweilig ist hey Weiger weiger, kriegt niemand nochmal plonk geil, Weiger ist zum Essen hey Weiger, ich glaube du bist tot und bunk schön Weiger, Weiger ist so ein toller kerl Oh, schön rein hier. Oh, schlug, gründer Bärchen. Oh, ich glaube, Drecks haben keine Chance gegen mich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Cloud Drake, wie das war. Ganz wichtig. Oh ja, komm, 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 komm. Trau dich, trau dich. Oh, nee. So, wieder Cloud Drake Spawn, schönes Ding. Cloud Drake's Soul ist auf jeden Fall schon mal nackt wichtig. Oh, warum ist alles so schwarz? Oh, Cloud Drake. So, wir haben das Game verbargt. Wir wollten jetzt ein anderer Seederspawn, aber jetzt haben wir ja irgendwie... Oh, die Hunde ist verbargt, aber hier haben wir auch nicht. Ich habe es. Easy Cloud Drake's Soul geholt. So, jetzt wollen wir es noch, weil uns langweilig ist. Weit, theoretisch noch ein Cloud Drake's Soul. Was passiert dann eigentlich? Können wir es noch mal? Also, nur mal, also, ja, nee. Geht das? Wegen, wegen Luft. Auch zwar nicht, aber ja. Kann ja sein. Können wir es aber schon mal Elder Drake geben. Wollen wir uns langweilig ist? Oh, und da kommt Nico runter. Ja, fein. So, wenn wir brauchen wir für den. War eh nicht so drin. Der ist einfach Gorn. Irgendwie ruckelt die runter. Ich glaube, irgendwie... Irgendwas haben wir am Server gefickt. Ja, was passiert war, oder? So, wir kriegen auf jeden Fall irgendwie hier steht... Und da kann es die Ultimate. Oh, Speed, komm, 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 komm. Brrrr. Oh, geil. Oh, nee, du Wichser. Ja, Speed. Oh, komm, 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 komm. Oh, Mann. Hat alles gewicht. Ich muss schon sagen, League of Legends hat schon... Oh, geil, Speed. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Alter. Alter, wie schnell? Alter, wir haben immer die Lobby verpasst für den Speed. Ja. Oh, geil. Ich fahr mal zum Gegnerhandi nach Hause. Brrrr. Oh, Mann, was geht? So, wir müssen hier rechts vorbei. Hi. Oh. Oh, Mann, was geht? Ey, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Müssen wir ja nicht hier so angreifen. Alles gut, wir machen ja nichts. Mann, was war der da unten? Mega. Ich komme. Aber wir machen genug Dammit. Und Katzen jetzt nicht an dem Markt. Das wäre ziemlich... Traurig. Hallo, Räger. Räger, mach Proben. Und long. Easy. So, jetzt holen wir uns einen wunderschönen... ...weiß oben. Oh, geil. Der Speed ist so schön. Brrrr. Easy. Oh, geil. Oh, geil. Ich habe gehört, du magst es gerne, ähm... ...hier, ähm... ...genommen zu werden. Schül, das Ding. Oh, jetzt kommt ein Ohn hier. Jetzt wird es noch witziger, weil... ...ja, ist halt so. Was passiert eigentlich, wenn ich den nochmal spawnen? Wollen wir denn? Wenn ich ja theoretisch einfach... ...dringen kann... ...wirf dir halt. Ja, Harry. Na, komm ran, Harry. Harry? Harold? Jo, mein? Geh ich mir das ein, oder bin ich auf den Arsch? Hä? Rubis? Ich habe die Lobby verpackt. Jo. Das ist ein bisschen frustrierend. Weil... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jo. Also... Arsch. Mann, 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 Mann. Einer, wie... Oh, oh, oh. Warum sind wir so schnell? Alter, warum sind wir jetzt plötzlich so schnell? Oh, nee. Oh, nee. Ich bin getrollt. Hallo. So. Das Ganze machen wir einfach nochmal. Und zwar auf Vega. Oh, ja. Oh. Oh, Gott. Und Gon. Easy. Ich habe noch mal, Mann, den Charter, ist es bei dir. So. So. Oh nein. Was habe ich jetzt gedrückt? Oh, wie ist der Fett? Er juckt ja auch nicht mehr. Hey Vega! Bist du tot? Ja, bist du tot Vega, sorry! Hier Vega wird gespielt! Und hui! So schön! Guck mal, ich hab das war's doch da, ne? Guck mal, ich hab das war's doch da, ne? Ich muss eigentlich da reinstehen und das besterben? Ah! Bin da nicht so sicher, ne? Ne! Ich glaube nicht! Oh mein Gott, Alter! Das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Warte mal, was ist das, wenn ich... Spawn Allied? Darf der den Damien an? No, schade! Ich bin tot, oder? Ja, ich bin einfach tot, wenn ich jetzt entschrieb, aber auch geil! Ich bin doch dank! Bei mir, ich mag zwar fliegen und so, ich find's doch richtig geil. Aber mir geht's halt irgendwie danach irgendwie nicht gut. Wahrscheinlich eher, weil ich halt einfach sieben Stunden nichts gegessen hab. Aber lo, ich wünsche euch eine bezaubernde und romantische Nacht. Ich hoffe, ich konnte euch für zauber 40 Minuten halbwegs unterhalten. Ich meine, ich werde jetzt so oder so wieder jeden Abend streamen, aber natürlich wird, wie geht das Wochenende, wenn wieder das Wochenende eintritt, bis 6 Uhr morgens gestreamt, Minimum. Seid prepared für den Subathon, sobald ich genug Geld mit Twitch mache, dass ich mit der Arbeit aufhören kann. Weil dann wird's den Subathon geben, aber auch nur erst dann, weil ich kann halt, ich muss halt arbeiten, sonst, also, versteht sich? Aber vielen, vielen lieben Dank für alle fürs Einschalten. Ey, ich hab mal wieder meinen Tag gemacht. Ich wünsche euch alle eine wunderschöne Nacht. Ciao. Ciao. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.